Hallo, ich bin DJ Bobo, ihr schaut Orga TV. 5. Dezember 1901, Geburtstag von Walt Disney, dem Erfinder der Mickey Mouse. Und damit herzlich willkommen bei Orga TV. Hallo und herzlich willkommen. Heute könnt ihr wieder was gewinnen, nämlich zwei Eintrittskarten für die Nikolaus-Vete am 8. Dezember. Ihr solltet also bei folgenden Themen gut aufpassen. Begeisternd, Kompetenzen beim Umgang mit Medien. Beliebt, DJ Bobo verzaubert Millionen. Bewundert, wer würde nicht einmal gerne auf der Bühne stehen. Beleuchtet, ein Blick hinter die Kulissen. Später in unserer Sendung gibt es natürlich auch wieder den Quiz-Bus. Aber jetzt kommen wir erst einmal zu den Neuigkeiten aus der Medienwelt und vom Saarbrücker Campus. Die News hat wie immer Michael Schuh für euch zusammengefasst. Die Rundfunkgebühr soll nach einer Empfehlung der zuständigen Gebührenkommission KIF zum 1. Januar 2009 um 95 Cent auf 17,98 Euro steigen. Der Kuchen wird dann wie folgt aufgeteilt. Die ARD bekommt 56 Cent, ZDF 35 Cent und das Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten jeweils 2 Cent. Die Deutsche Telekom AG wird das Radsport-Sponsoring des T-Mobile Teams mit sofortiger Wirkung beenden, als Konsequenz immer neuer Dopingfälle. Nach einem turbulenten Radsportjahr bleibt die ARD aber weiter im Sattel und berichtet auch 2008 über die Tour de France. Das Europaparlament hat jetzt die neue Fernsehrichtlinie verabschiedet. Fernsehfilme, Nachrichtenprogramme und Kindersendungen können künftig alle 30 Minuten unterbrochen werden und außerdem ist künftig Product Placement unter Auflagen erlaubt. Demnach können Markenprodukte gegen Bezahlung in Filmen, Serien oder Sportübertragungen gezeigt und ausdrücklich genannt werden. Am Freitag schaffte es ein peinlicher Fehler auf der Webseite des amerikanischen Nachrichtensenders CNN sogar in die Tagesschau. Auf einer der zahlreichen Wetterkarten auf CNN.com existierte die DDR noch. Verzeichnet waren dort die Ländergrenzen von vor dem Fall der Mauer. Mittlerweile wurde der Fehler behoben und Deutschland ist nun wieder vereint. ProSiebenSat.1 bietet ab sofort Sendungen aus den Bereichen Lifestyle, News, Comedy und Wetter auch auf dem Handy an. Dazu macht die TV-Gruppe mit der Mobile Entertainment Community VEV gemeinsame Sache. Der Service ist unabhängig vom Telefonanbieter. Um den Service nutzen zu können, wählt der User eine Kurzwahl und kann anschließend durch das Programm setten. Handys verdrängen Armbanduhren in der repräsentativen Nische. Jetzt steigen die ersten Armbanduhrenhersteller selbst ins Handygeschäft mit ein. Rolex und Tagheuer haben schon angekündigt, eigene Handys auf den Markt zu bringen und kooperieren deshalb schon mit etablierten Telefonproduzenten. Google Maps bietet ab sofort einen Lokalisierungsdienst für Handys aller Art. Wenn ein Handysignal von mindestens drei Funkmasten geortet werden kann, lässt sich mit der neuen Version zumindest der grobe Standort bestimmen. Die Genauigkeit soll zwischen 30 und 1000 Metern liegen. Der Suchmaschinen-Primus Google will künftig eine passwortgeschützte Online-Festplatte zum Abspeichern aller Arten von Dateien im Internet anbieten. Das Projekt läuft unter dem Namen MyStuff und soll den Nutzern in einer Basisversion kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Im ersten Durchgang des CHE Excellence Rankings wurden die Fächer Physik, Chemie, Biologie und Mathematik bewertet. Die Universität des Saarlandes erreichte im Fach Mathematik die Top-Gruppe und erhielt eine Bronze- und eine Silbermedaille anhand der vier Kriterien, Publikationen, Zitationen, herausragende Wissenschaftler und Beteiligungen am Marie Curie-Programm. Vergangene Woche fand der E-Learning Day 2007 in der Aula der Uni statt. Namenhafte Firmen wie Apple, Adobe oder Microsoft stellten ihre Projekte für das Lernen am Computer vor. Wir wollten wissen, wie das Lernen in Zukunft aussieht und haben Michael Schuh und Tobias Knapp losgeschickt. Sie wagen einen Blick in die Zukunft. Am letzten Mittwoch fand in der Aula der Universität der zweite E-Learning Day statt. Veranstalter war das Kompetenzzenter Virtuelle Saar-Universität. Ziel der Konferenz war die Präsentation von Kompetenzen der Universität beim Einsatz neuer digitaler Medien in Lehre und Studium sowie Forschung und Entwicklung. Sie diente aber auch dem fachlichen Austausch zwischen E-Learning-Akteuren der Universität und außerhalb. Vorgestellt wurden interaktive und multimediale Lehr-Lern-Angebote aus verschiedenen Studiengängen und Servicebereichen. Erstmals war auch die Hochschule für Technik und Wirtschaft mit eigenen Präsentationen beteiligt. Unterstützt wurde der E-Learning Day 2007 von zahlreichen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Darunter befinden sich neben großen Namen wie Apple, Microsoft und Adobe Systems auch lokale Gruppen wie der Asta und Unternehmen wie Edit, Content Design und Wunkler GmbH und Cook. Für Studenten sind die derzeitigen Entwicklungen und Erkenntnisse besonders aus Lernsicht interessant. Neue Software und einfach zu installierende PC-Programme bieten Wissen medienübergreifend an und helfen bei den Prüfungsvorbereitungen. Apple hat diesen Trend bereits in den USA umgesetzt und sein Musik- und Videoprogramm iTunes um Lehrinhalte ergänzt. Also iTunes U ist eine plattformübergreifende Schnittstelle, um Lerninhalte darzustellen, ansprechend darzustellen. iTunes ist heute fast auf jedem Computer installiert und so hat auch im Grunde jeder Zugriff auf diese Lerninhalte. Mittlerweile sind über 500 Hochschulen in Amerika angeschlossen an das iTunes U. und es werden Vorlesungen publiziert, Veranstaltungen werden mitgeschnitten und als Podcast eben eingestellt. Der genaue Mehrwert für den Studenten sieht dann wie aus? Ja, kann von überall und jeder Zeit im Grunde auf die Lerninhalte von seinen Kursen, aber auch anderen Kursen, Vorlesungen zugreifen. Und ja, ist völlig unabhängig eben von Zeit und Ort. Wann ist in Europa damit zu rechnen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt kein Apple-Mitarbeiter selbst. Wir können auch nur spekulieren. Ich denke mal, das müsste in den nächsten ein bis zwei Jahren doch machbar sein. Rückblickend kann also auch dieser zweite E-Learning-Day als Erfolg verbucht werden. Und das nicht nur für den Besucher. Auch die Veranstalter profitierten von dem vorangetriebenen Wissensaustausch bei Forschung und Entwicklung. Der Student kann sich also auch in den kommenden Jahren auf neue, innovative Lehrmethoden freuen. Nicht nur beim E-Learning-Day gab es ein interessantes Angebot und lehrreiche Sachen zu erfahren. Lehrreich ist nämlich auch immer wieder unser Quizbus. Tobias Knapp war wieder unterwegs, hat euch mit Fragen gelöchert und wer diese richtig beantworten konnte, der wurde mit Süßigkeiten belohnt. Und jetzt Quizbus. Wie nennt man denn einen frechen Jungen? A. Belzebub B. Lausbub C. Fliegenbub B. 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 Genau. Da machen wir keine Experimente. Wie bitte? Du bleibst bei B. Genau. Genau. Und das bringt dich zu deiner ersten Schokolade. Wie nennt man denn die von der Bundesregierung bestellten Wirtschaftssachverständigen? Sind das die drei Ahnenden, die acht Wissenden, die elf Wirtschaftsriesen oder die fünf Weisen? B. Was war das mit den acht? Also wir hatten drei Ahnende, acht Wissende. Genau. Acht Wissende nämlich. B. Ja. Noch kannst du dich umentscheiden. Ne, dann würde ich D nehmen. Ich nehme lieber B. Also das wären dann die acht Wissenden gegen die D fünf Weisen. Ja. Und entscheidest dich wirklich gegen D. Ja. Gut, dann gewinnst du im ersten Lauf auch nichts, weil D wäre es gewesen. Genau, dass du möglichst besser abschneidest. Ja. Wer arbeitet mit einem Rosenbohrer? Ein Zahnarzt, ein Gärtner, ein Bergmann oder die Blattlaus? Die Blattlaus. Antwort D. Noch könntest du nochmal drüber nachdenken. Ich weiß es nicht, also sage ich die Blattlaus. Die Blattlaus ist schon mal falsch. Und zwar ist es der Zahnarzt. Eins Minus. Eins Minus sozusagen. Werten wir das als Probelauf. Zum Warmwerden. Für welchen Namen steht denn das W in George W. Bush? Für Walker, für William, für Winter oder für Washington? Walker, William. William? Walker, William und was war noch? Walker, William, Winter oder Washington? Was ist eine Pagode? Ein Motorrad? Eine Gartenlaube? Eine Versform? Oder ein Tempel? Ich würde jetzt mal auf den Tempel tippen. Ich weiß es wieder nicht, leider. Du nimmst einfach immer D, habe ich den Eindruckt. Nö. Eine Pagode klingt doch irgendwie nach Tempel. Süß. Okay, wir bleiben beim Tempel. Welcher Sinn gehörte nicht zu den klassischen menschlichen Sinnen? Der Orientierungssinn, der Geschmackssinn, der Geruchssinn oder der Tastsinn? Der Orientierungssinn. Du würdest jetzt so spontan sagen? Ja. Kannst du das irgendwie durch irgendwelche Kenntnisse untermauern? Nein, das ist jetzt so ein richtig schönes Bauchgefühl. Okay, kannst du deinen Bauch auch weiter füllen. Wie wird die Espe auch genannt? Schüttelfichte, Vibrator-Kiefer, Zitterpappel oder Zottelpflanze? Ich sag die Zitterpappel. Weil? Keine Ahnung. Ja. Mit welchen Tieren war denn Nils Holgersson unterwegs? Oh Gott. Mit Gänsen, mit Hühnern, mit Fröschen oder mit Adlern? Gänsen. Antwort A. Ja. Wo in Paris finden denn die Tennismeisterschaften French Open statt? Im Roland Berger, im Roland Carlos, im Roland Kaiser oder im Roland Garros? Ich nehme C. C, Roland Kaiser. Ja. There's a party, Freedom oder Pray. Das sind Songs, die wir aus der alten, guten alten Bravo-Hits-Zeit kennen. Genau. Der ein oder andere von euch verbindet mit dieser Musik sicherlich Jugenderinnerungen. Auch wir haben in der Vorbereitung auf diese Sendung die alten Hits von DJ Bobo mitgetrellert. Doch dabei ist DJ Bobo immer noch voll im Geschäft. Sein aktuelles Album Vampires ist das 15. und im nächsten Jahr kommt Nummer 16 auf den Markt. Seit 1992 ist er also eine richtige Größe im Pop- und Dancefloor-Geschäft. Und 2008 geht er wieder auf Tour, diesmal als Vampir. Wir waren schon einmal auf der Vorpremiere im Europapark in Rust und haben uns dort für euch umgeschaut und euch ein paar Impressionen mitgebracht. Applaus Das war's. 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 Warum filmt eigentlich dein Unisender ein DJ Bobo Konzert? Ganz einfach, weil mit DJ Bobo ein Student hier von der Saarländischen Universität auf Tournee geht. Wir haben den BWL-Studenten getroffen und haben uns angeschaut, was er auf dem DJ Bobo Konzert so alles macht. Die Bühnenshow von DJ Bobo wäre ohne die vielen Tänzer nur halb so spektakulär. Der Schweizer wird seit 2004 von der saarländischen Formation Magic Artists begleitet. Sie vereinen verschiedenste Sportarten zu einer Performance. Einer der Tänzer, der mit für die Show verantwortlich ist, ist Benjamin Kirsch. Der 26-jährige Saarländer studiert BWL an der Universität des Saarlandes und ist verantwortlich für das Management der Magic Artists. Also ich hatte meinen ersten Auftritt 1999 und die Artists wurden gegründet 1995. 1995, also mittlerweile, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, im achten Jahr. Würden wir uns liebig freuen, wenn ihr dann für uns tanzt. Wer ist der Sephardi? Also wir haben ihn 2003 am Saarspektakel getroffen. Also wir wussten, er kommt auf Saarspektakel und da wir auch schon seit, ich glaube, 2000 jedes Jahr auf der Bühne unterhalb des Staatstheaters gestanden haben, hatten wir die Idee, hey, den müssen wir doch mal ansprechen. Das könnte passen, das, was der macht, könnte eventuell mit dem, was wir machen, ideal zusammenpassen. Und dann haben wir ihm damals Infomaterial mitgenommen, haben gesagt, schau dir das doch bitte mal an. Und er hat damals noch gesagt, ja, seid ihr ein Zirkus oder was? Er konnte damit nichts anfangen. Ihr wart sensationell, danke! Hat sie es dann aber angeschaut und hat auf einmal gesehen, oh, das ist ja gar kein Zirkus. Das könnte ja doch irgendwo passen. Ja, die werden immer besser. Wir lernen auch immer dazu, wir entwickeln sich weiter und das ist natürlich wichtig für uns, dass sie nicht stehen bleiben, sie steigern immer die Qualität. Ich bemühe mich natürlich, dass ich beides nicht zu kurz kommen lasse. Klar ist irgendwo, dass bei so einer Sache wie Rust muss ich dann auch mal, auch wenn es der ein oder andere Professor oder Dozent jetzt hört, tut es mir leid, dann auch mal eine Vorlesung schwänzen, weil das geht dann leider nicht, weil ich kann nicht morgens in der Vorlesung sein und mittags wieder auf der Bühne. Aber ich muss sagen, es hat sich jetzt in den dreieinhalb Jahren, wo ich am Studieren bin, immer relativ gut vereinen lassen. Als Student hat man ja mal die Freiheiten, auch mal irgendwo nicht hinzugehen, was man auch woanders dann nacharbeiten kann. Wie bei einer Tour lässt man sich die Unterlagen dann von Kollegen schicken. Für unsere saarländischen Zuschauer sei gesagt, DJ Bobo kommt nächstes Jahr auch in das Saarland, nämlich nach Saarbrücken in die Saarlandhalle. Und zwar am 8. Mai um 20 Uhr findet das Konzert Vampires Live hier in Saarbrücken statt. Die Karten kosten zwischen 40 und 46 Euro. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Benjamin Kirsch für die Einladung nach Rust und die Organisation. Kommen wir nun zu unserem Gewinner der Karten, der die Karten gewonnen hat. Der glückliche Gewinner heißt Neda Atia. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du darfst am Samstag, den 8. Dezember, kostenlos ins E-Werk mit einer Begleitperson. Die Antwort auf unsere Frage war Europa-Park in Rust. Eigentlich ganz einfach, wenn man aufgepasst hat oder auch auf unserer Homepage vorbeigeschaut hat. Dort findet ihr wie immer unser Archiv. Alles zu dieser Sendung, sämtliche Links und auch ab morgen oder Freitag jeden Beitrag. Auf der Homepage findet ihr unter anderem auch unseren neuen Kanal Orga TV Extra. Ganz besonders können sich da die DJ Bobo Fans das komplette Interview mit DJ Bobo noch einmal ansehen. Kommen wir nun zu unserer wöchentlichen Telekolumne Alex Welt. Wir haben ihn diesmal besucht und hinter die Kulissen geschaut. Wie sieht es eigentlich bei Alex aus? Was ist Alex Welt? Wo arbeitet er dort? Und er hat sich unseren Fragen gestellt. Wir verabschieden uns jetzt. Das war Orga TV. Wir freuen uns auf euer Feedback, wenn ihr uns berichtet, wie euch die Sendung gefallen hat. Das alles, wie schon erwähnt, findet ihr auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche um 18.18 Uhr noch einmal einschaltet. Bis dahin, tschüss und haltet die Ohren steif. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist natürlich ein gefragter Mann, der Herr Hofer. Da kommt er schon. Vielleicht laden wir kurz zu einem Interview ein. Herr Hofer, Sie sind erfolgreicher Telekolumnist. Sie haben jetzt 433 Folgen schon produziert. Wohin soll das denn gehen? Ja, es soll noch sehr weit gehen. Also eine vierstellige Zahl peile ich auf jeden Fall an. Und wenn möglich ist, vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Wer weiß. Und Sie haben jetzt immer einen Gast dabei. Oft ist es die Anna. Wie klappt denn da die Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Schon seit jeher. Anna ist eine reizende Person. Ein guter Gegenpart zu mir selbst. Sie hat eine forsche Zunge. Ich bin eher etwas intellektueller veranlagt. Und wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Sie sitzen hier in der Seminarbibliothek der Universität des Saarlandes. Früher haben Sie auch an anderen Stellen die Telekolumne gemacht. Das stimmt nicht. Ich war immer hier. Da haben Sie sich schlecht informiert. Ja, dann muss ich vielleicht nochmal in meiner Redaktion nachfragen, was Sie da eigentlich mit meinen. Das ist mein Arbeitsplatz, von dem wir uns immer senden. Ein sehr schöner Arbeitsplatz, wie ich es doch finde. Man hat die Möglichkeit, hier Recherche zu betreiben. Man kann nebenher auch im Internet recherchieren. Beispielsweise für die Uni oder auch privat, wenn es die Zeit erlaubt. Mal ein ganz anderes Thema. Du warst letzte Woche krank. Geht es Ihnen eigentlich jetzt wieder besser? Ja, das sieht man doch. Also, unsere Zuschauer, deine Fans können beruhigt sein? Auf jeden Fall. Nur eine kleine Erkältung. Nichts Schlimmes. Hast du denn die Tipps von Anna gesehen? Ja, die habe ich gesehen und sie haben alle nichts gebracht. Nichts gebracht? Das war ein Pech für dich oder für Anna. Ich hoffe, es gab andere Rezepte für dich, um wieder auf die Beine zu kommen. Selbstverständlich. Ich vertraue da eher oder weniger der Naturheilkunde, sondern eher gewöhnlichen Medikamenten wie Nasentropfen, Aspirin, Kripostat. Es lebe die pharmazeutische Industrie. Ja, ich werde auch Lotto spielen. Wenn ich gewinnen sollte, werdet ihr das nächste Sendung erfahren. Das wäre dann gleichzeitig meine letzte Sendung, denn ich gehe ab in die Karibik. Also, so viel verdienst du dann nicht als Telekolumnist? Es reicht zum Leben. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar soll jetzt, glaube ich, die Rundfunkgebühr wieder erhöht werden. Was hältst du denn davon? Ja, ehrlich gesagt, ich zahle keine Rundfunkgebühr. Von dem her ist es mir eigentlich ziemlich wurscht. Ich bin befreit worden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.